Da muss halt dich genau umschauen, die ganze Zeit, während du reparierst. Also ihn nicht stehen bleiben, ja, Katschi? Also zu zweit reparieren. Der eine repariert und der andere immer hält Wache. Ja, so eine Art, ja. Ist das eine gute Idee? Du kannst auch beide reparieren und beide halten Wache. Also du sollst nicht stehen bleiben und ihn angucken, sondern du musst ihn sozusagen mit dem Verdeckten angucken. Verstehst du? Nee, einfach den beim Angucken hilft auch, das ist völlig egal dazu. Ja, aber dann tagen wir uns ja. Äh, ich bin allein. Das ist halt der genaue Punkt. Ihr müsstet Blickkontakt haben. Oh, ich hab schon einen Generator hier bei mir. Was muss ich machen? Wo weiß ich, wo der Typ ist? Oh, da ist jemand. Ist er. Oh, das bist du? Ja, hallo. Wieder Feind. Ich hab Angst. Ich hab auch Angst, ich hör auch gar nichts. Was muss ich machen? Ja, zum Beispiel hat er jetzt YumYum vollgestockt. Was muss ich machen? Oh, YumYum ist schon drin. Ja, so YumYum hat gestockt worden. Das bedeutet, das ist die Markierung von Ghostbusters. Wenn jemand so markiert wurde, ist er mit Einschlag am Boden. Ja. Wir können manchmal Einschlag aushalten, und Zeitenschlag am Boden. Okay, da drücken. Also wir müssen den Generator machen. Schnell, schnell, den Generator machen. Der ist da hinten. Ich hab so einen Schiss, Mann. Das geht gar nicht. Das ging so schnell gerade. Was muss ich machen? Tschüss. Der kommt zu uns, ich wette es. Der kommt bestimmt zu uns. Ja, ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Der auch nicht. Nee, der kommt zu Brian. Brian ist irgendwie rot, der leuchtet. Ja, der ist bei Brian. Ja, jetzt ist er bei YumYum. Wir müssen, ich glaube, die mal verteidigen, oder? Oder zu retten. Nein, wir müssen ja dann vielleicht bei der Barbiererin. Ja, freut euch nun mal. Ja, ja. Wir kennen das alle noch nicht hier. Wir reparieren ganz in Ruhe. Brian kriecht gerade. Ich glaube, der kommt zu uns. Alter, ich kann das nicht hier. Ich hab's nicht. Der kommt, glaube ich, zu uns. Ich glaube, der kommt zu uns. Ich drück jetzt einfach hier. Er kommt zu uns. Wie rennt, Mann? Er kommt nicht zu euch. Er ist weg. Könnt weiter reparieren. Nee, wir müssen dich ja retten, oder nicht? Ja, jetzt danach. Wie, wie, wie weiß ich, wann ich das repariert habe? Wie kann man denn rennen? Warum rennst du weg? Lass mich doch hier nicht alleine, Mann. Ich muss die retten. Auf L1 sollte man nachher. Jetzt leuchtet das hier vor mir. Ach, du Scheiße, Alter. Ich sehen, er kommt zu dir. Ah, ich hab ihn gerade gesehen. Auf L2, ich geh in die Hocke. Oh, ich vergesse mal zu drücken. Ich hab ihn gerade gesehen. Nein. Warte. Ich bin so nervös. Ach, du Scheiße. Bei dir ist er, ne? Wenn ich sterbe, Alter, ich schrei, Alter. Ich hab so'n Schüsse. Ich glaube, der kommt zu dir. Zu mir? Der kommt zur Person, die am Generator ist. Ja, das bin ich. Ich sehe. Ja, ich denke, die Rechnung gegangen. Nein, ich fahre einfach. Wie renne ich? Kann ich gar nicht schnell rennen? Gut, dann her. Ah, wie kann ich das machen? Vom Haken rennen, okay. Wo ist der andere? Wo bist du? Da bist du. So liegt der. Gefährdet. Warum hab ich einen roten Schädel? Was hat er mich markiert? Was? Ja, er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Hilfe. Nein, ich bin was mit dem Unter. Schmuse, Schmuse. Schmuse, Schmuse. Hilfe. Wo bist du? Hilfe. Er macht mich kaputt. Schmuse, Schmuse, Schmuse. Schmuse, Schmuse. Ich tu mir gerne rumschmusen hier. Nein. Ich gehöre gerade auf das andere Weilbier. Du musst jetzt aufpassen, wenn ihr die abhängen wollt. Aber sie hat nicht keine Fluchtversuche versucht, weil sonst stirbst du schneller. Du hast noch eine 4%ige Chance, dich selbst zu befreien. Alles klar, ich befreie mich. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist da. Ich habe ihn gerade gesehen. Kann ich mich irgendwie heilen? Aktuell nicht. Also selbstheilig funktioniert nicht. Ich repariere jetzt einfach den Generator hier weiter, wo ich von war. Ja, ja. Ich... Warte, ich habe, glaube... Sieht ihr das, dass wir den reparieren? Er kommt gleich zu dir. Ja, ich bin eh dann rinüber. Er kommt, er kommt, er kommt zu dir. Alter. Er kommt zu dir. Oh, shit. Also einer ist gerade weg. Ich sehe sie gerade nach oben fahren. Jetzt hat er das Ding kaputt gemacht. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ah. Ey. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Lass mich in Ruhe, du Schuft. Der hat Jungjung getötet. Ah. Nein. Oh Mann, ey. Ich sehe nur von weit, wie irgendein durch die Gegend kommt. Ja, mich. Lass mich in Ruhe. Alter, aua. Was muss ich denn machen? Kein Knopf drücken. Kein Knopf drücken. Also nichts tun. Nö. Einfach nichts. Also beim Ersten... Oh Gott. Finde Hilfe. Ich muss Hilfe finden. Ach, wenn ich was tue, dann sterbe ich oder was? Schneller, sozusagen. Pass auf, der ist hinter dir. Er ist hinter dir. Er hat mich gar nicht parkiert. Weg, weg. Hau ab, hau ab. Ah. Kann ich. Oh, was war das? Helm. Die Ärmer sind kapiert. Hängt der mich doch noch zu oder was? Nö. Er muss mich jetzt verändern, doch. Also ich muss Hilfe finden. Ich kann nichts machen. Bei mir steht nur, finde Hilfe. Wie? Loll. Er hat richtig schnell markiert. Ey, ich... Was? Poltert hier irgendwas oder was? Ja, hab ich gerade auch getört. Poltert gerade alles. Ja, und jetzt? Was sollen wir da jetzt machen? Also er kommt gerade zu dir, Kachi. Ja, der wird mich jetzt... Was soll man dich denn machen? Brian, sag was. Was soll ich tun? Ach, jetzt. Der kam. Ach so. Der frisst mich hier auf. Ja, toll. Warum soll ich denn was drücken? Was soll denn der Scheiß? Da steht X drücken. Ich drücke die ganze wie bekloppt da X. Hilft alles nix. Ja, ich bin... Yeah, wir haben gewonnen. Brian, wo bist du? Er hat mich aufgefressen. Brian? Was ist los? Hört er uns nicht mehr. Hallo? Brian? Nee, er sagt nix. Hä? Wo ist er denn? Er hat aus dem Stich gelassen, der Schuft. Hilfee. Wo bist du? Alles gut. Okay, jetzt sind wir Fortschritt verfügbar. Aufwerten. Irgendwas kann ich jetzt aufwerten. Okay. Keine Ahnung, ich konnte jetzt irgendwas aufwerten. Ich hab jetzt einfach mal Kreis gedrückt. Jo. Und man drückt über alles. Das war eine schöne Runde, oder? Gleich gestorben hier. Ey, aber wie schnell der alle vier... Also, unser Alter erledigt hat, ja. Ja, der hatte bestimmt Erfahrung. Warum bist du weggerannt? Wir hätten diesen scheiß Generator reparieren können. Du rennst erst mal weg. Ich muss doch die anderen retten. Da waren die aber noch nicht mehr auf dem Boden. Natürlich. Die hängen da alle beide schon an den Haken. Wo ist denn Brian jetzt da hin? Äh, weiß ich nicht. Ich höre den gar nicht mehr. Achso, der hat Probleme. Ich ziehe ihn wieder rein. Hallo. Alles gut? Die Verbindung wurde getrennt. Schon wieder. Du bist ganz, ganz leise. Du bist ganz leise. So, was ist denn das hier? Ein Blutnetz. Ja, keine Ahnung hier. Zehntausend Punkte habe ich gekriegt. Wow. So, Blutnetz. Achso, da war ich gerade drin. Achso, jetzt kann ich hier, äh... Muss ich denn machen hier? Du kannst was lernen. Ja, ich kann was lernen, ja. Kartenzusatz. Da ist klar. Fünf Sekunden auflangen zu einer beliebigen Karte hinzu. Hä? Was soll das sein? So, ich bin überrascht. Metallkiste mit ausgedienten Werkzeugen, die jeden Moment auseinanderbrechen können. Kann selbst ohne Übung für Reparaturen und zuerstörungen verschiedene mechanische Komponente verwendet werden. Was soll das? Was ist das? Sabotage-Aktion frei. Ich mach das einfach mal. Und jetzt? Ah. Achso, ich muss das einfach alles leeren und dann wird die Dings frei, oder was? Sabotage-Geschwindigkeit der Werkzeugkiste. Kombinierbar, okay. Ich hab keine Ahnung, ja. Was macht der? Geht doch ja nicht. Ja. Okay. Hallo, Boy. Ausstattung. Ausstattung. Ja? Du bist immer noch leise. Hallo? Ja. Immer noch leise. Hallo? 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 Ja, man hört dich. Das ist nicht. Ja. Ich schreib ihm das mal. Ich glaub, er hört uns nicht. Wir hören dich. Wir hören dich. Okay. Sag mal kurz, ja? Hallo? Guck mal, dein Typ, der knabbert vor allen Dingen an den Händen, ne? Ja, weil er Angst hat. Eigentlich müsstest du den spielen. Mhm. Oh, ich kann ja noch Hose wechseln. Sagt denn das keiner hier? Na klar, du kannst alles wechseln. Tägliche Bürohose. Wassermelonenhose. Aha. Mechaniker-Overroll. Was denkst du, warum ich so ein rotes Zeug angezogen habe? Ich sehe aus, als ob ich joggen gehe. Na, cool. Ah, erster Job-T-Shirt, lol. Ja, wir hören dich auch ganz, ganz doll leise. Lol. Ja. Wurzel-Trite-Surftöne, Bullshifters-Shirt, Feuerhahn, was? Was denn das für ein Scheiß? Wie du auch hier, das hier, erster Job? Ja. Tapeza. Na, knabbert er denn an seinen, seine Händen rum? Ist ja doof. Okay, egal. Gut. Ähm, ich bin bereit. So. Sonst dauert das hier noch länger. Ja. Ein bereit, ein bereit. So. Hört man mich jetzt noch mal? Angstreaktion knabbern, ja. Genau. Nee, du bist ziemlich leise. Hä? Nö, ich höre ihn gut. Ja, ich muss das schauen. Ich höre ihn gut. Na gut, ich habe ihn jetzt natürlich auch höher gemacht hier, ne? Beim Headset-Aber. Ich höre ihn sonst gut. Aber vorher warst du lauter, das stimmt. Ich kann ihn nicht lauter drehen. Ja. Was ist denn passiert? Warum bist du jetzt einfach so leise? Das ist so gut wie gar nicht. Ja, das liegt am Stream selber. Also, ich habe doch den PC-Sound sowieso runtergedreht. Und er läuft leider über den Dings. Warte mal, ich kann ihn jetzt hochschrauben. So, jetzt ist er wieder auf 0 dB. Jetzt müsste man ihn lauter hören. Ah, okay. Das muss ich aber nachher, wenn ich solche am PC wieder aufnehme, also über PC streame oder spiele, muss ich natürlich den Sound da wieder runter machen. Oder ich mache es mir einfacher. Ich werde einfach jeden Spielsorgen im Game einfach leiser machen. Das muss ich dann natürlich mir auch machen. Nee. Nein. Nein. Also, ich kann dich auch lauter drehen, wenn du willst. Ich weiß nicht. Aber dann rauscht es. Ich habe das schon runtergestellt extra. Dann knackt das und rauscht das übrigens, wenn du ihn hochstellst. Das bringt gar nichts. Oh. Also, deswegen. Geh mal nochmal raus und join mal rein. Ich hatte vorher ihn auf minus 20 dB, weil, wie gesagt, der Eingang nur über PC läuft gerade. Also, die Soundquelle ist Desktop Audio. Zieh dich nochmal rein. Und darüber läuft auch Discord und sowas alles. Genau. Ich könnte es zwar anders legen, aber dann höre ich ihn leider nicht mehr. Ja, naja, ist richtig. Aber man sollte ihn... Wir haben es so eigentlich eingestellt, dass man ihn auch ein bisschen im Stream hört. Aber nicht, dass die Leute denken, wir machen Selbstgespräch oder sowas. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon über Playstation, ja. Aber das Problem ist, wir sitzen halt hier nebeneinander. Und jedes Setup, was wir eigentlich angeguckt haben, ist nicht unbedingt für zwei Leute, ja. Es ist immer nur für Single-Streamer sozusagen. Ja. Wir sitzen halt zusammen hier im Büro und deswegen ist alles so schwierig. Deswegen sind wir auch zwei Spiele im Discord über mich nur drinne. Haben aber zwei Mikrofone dran. Ach, jetzt startet der hier im Spiel nochmal neu, oder was? Er startet nochmal neu, ja. Er lädt uns dann bestimmt gleich nochmal ein. Ich gehe erstmal da weiter raus und warte kurz. Das kennen wir auch, das bestimmt Benutzer definieren, nee. Keine Ahnung. Und deshalb, also ich kenne mich auch überhaupt nicht mit Tontechnik aus. Und leider geht es auch im Moment nicht anders. Ja. Deswegen, ich lasse einfach PC jetzt auf 0 dB. Ich ändere da jetzt nichts. Dann muss ich halt jedes PC-Spiel, was ich denn spiele, separat im Spiel nochmal runterstellen. Kann man ja. Man kann ja im Game auch nochmal Sound-Effekte runterstellen. So. Und ja, man könnte es über die Capture-Card machen, aber das funktioniert auch nicht so, wie es sein soll. Da müsste man auch wieder 10.000 Kabel dran machen und, und, und. Das ist alles so bescheuert. Aber er ist jetzt noch hier, ne? Der ist noch im Discord drin. Also die Tontechnik ist meistens noch schlimmer als die Videotechnik, wirklich. Ich weiß nicht, wo er ist. Ah, jetzt so. Na, ich hab ihm gesagt, er soll alles nochmal neu starten. Also zumindest in Discord. Na, ich weiß nicht, wo er ist. Achso, ja, er startet, ja, am besten ist wirklich er startet nochmal komplett neu. Ich finde, bei ihm war gestern auch so ein bisschen immer die Störung, ne? Er hat doch trotzdem noch, ich hab das ja nachgeguckt nochmal, und bei ihm war das öfter auch wieder Voice-Chat drin. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, irgendwie sein Headset macht irgendwie das nicht so. Will das irgendwie nicht so. Hallo? Ja? Gerade haben wir alles einzeln irgendwas gehabt. Also bei DVD passiert, ähm, zwei, ein paar Mal, aber nicht so oft. Was? Das bei DVD, dass man, äh, Fehlermeldungen hat manchmal auftauchen. Was ist ein DBD? Dead by Daylight. Achso, Dead by Daylight. Achso. Äh, es kann sein, dass bei jedem Spielfehlermeldungen kommen, ja? Ja, das taucht dann einfach so auf. Ja. Zack, und... Ladest du uns wieder ein, Jauber? Genau. Hab ich gemacht. Alles klar. Alles klar. Ja, ich hab Einladungen ausgeschaltet, und deswegen seh ich das nicht mehr, weil es mich ein einladet. Nur weil ich in Bless Unleashed in einer Gilde drin bin, wo wir in einer Gildengruppe sind, und ey, die schreien ununterbrochen und ständig blinkt dann oben, wenn du was spielst, die Nachrichten ein. Das ist so nervig. Ja, wenn du in einer Gruppe bist, ja. Deswegen hab ich das ausgemacht. Aber ja, ich höre dich jetzt besser. Deswegen hab Discord ja die Nachrichten auch schon aus. So, ich bin bereit. Ich hab die Nachrichten auch schon aus. Bist du auch bereit? Ich bin bereit. Natürlich bin ich bereit. Patrick, ich bin immer bereit. Wir sind immer noch Stufe 1. Wann sind wir denn mal Stufe 2? Ähm, wenn wir das erste Mal diesen Blutdings da voll haben. Echt? Ja. Also du hast, ich hab zum Beispiel jetzt vier Fähigkeiten gehabt, wenn ich die habe, das hab ich bei Brian schon gesehen, und wenn ich die habe, kommen neue Fähigkeiten. Ah, okay. Alles klar. Das Ganze geht, dann muss es sozusagen 50 Mal vollenden. Glaube ich. Ach du Scheiße. Denke ich mal. Da spielst du ja bis zum. Ja, ich denke mal, du wirst halt immer besser auch mit dem. Ja, aber. Das ist halt nicht so leicht erkennbar, bis du sowas denkig bist. Ich weiß ja noch nicht, ob ich den Charakter wählen werde. Aber guck mal, Brian ist jetzt schon hochgerutscht, ne? Er ist bestimmt durch uns hochgerutscht, weil er so verloren hat. Ja. Definitiv. Ja, hier ist die Generatoren. Aber das Gute ist, wir müssen nicht komplett die Generatoren reparieren, ne? Guck mal. Du kriegst trotzdem einen Punkt. Du musst nur insgesamt sozusagen zwei regenerieren. Bei der Herausforderung meine ich jetzt. Guck mal, bei dir bei der Herausforderung. Rechts. Nein, neben dem Charakter hier, da hinten, das Auge, ja. Genau, siehst du? Du hast sogar schon mehr wie ich. Also du musst nicht vollenden, die Generatoren. Ja, wärst du nicht weggerannt, hätten wir den auch repariert gerade. Ich bin ein Teamplayer, ich muss doch meine Leute retten. Aha, du bist ein Teamplayer und lässt den anderen alleine. Ja, wir hätten auch beide hinrennen können. Wir hätten auch beide hinrennen können, ja. Aber du hast gesagt, oh, der schnappt uns gleich, ich muss weg. Nee, 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 hab ich nicht. Aber Bein hat gesagt, der kommt, warum bist du nicht weggelaufen? Weil ich gedacht hab, ich repariere jetzt diese Scheißdingen. Wollte sterben. Komm, was wolle. Die wollte unbedingt sterben. Und er hat mich ja nur angehangen und dann ist er wieder zu euch gekommen. Nee, der hat dich bloß einmal angeschlitzt, ne? Der hat dich liegen lassen. Ja. Deswegen, das war eigentlich sehr raffiniert, ne? Der hat uns gar nicht jetzt angehangen, der hat dich wirklich liegen lassen, dass du wirklich elendig da am Boden rumschrappst und dann hat er sich den nächsten geschnappt. Das war eigentlich gar nicht so dumm. Aber das dauert echt ganz schön lange, ne? Das ist Wahnsinn. Du bist ja echt wirklich am warten hier nur. Ja, das ist ein richtiges Warte-Warte-Spiel. So, jetzt. Ja, jetzt hörst du dich super duper gut an. Wirklich? Ja, echt jetzt. Also auch richtig klar vom Stimmen her. Jetzt müsste er auch im Stream ein bisschen lauter sein. Hallo? Du bist ja jetzt wieder weg. Bitte. Okay. Könnt ihr mal sagen, ob sich Kachi jetzt besser anhört? Oder ist immer noch so ein Hall drin? Ja, mehrere Spieler wären toll, aber irgendwie fehlt uns immer ein Spieler oder zwei. Ja, deswegen haben wir sonst immer so Survival-Spiele gespielt oder hier Koop-Spiele, wo wir auch wirklich zu zweit oder zu dritt sind. Bei solchen Formaten musst du halt immer Spiele haben. Das ist das. Da fehlt jetzt immer genau einer. Ja, meistens fehlt immer einer, ja. Deswegen. Aber wir haben Dead by Day, das ist ausgewürfelt. Wir haben es extra auswürfeln lassen durch einen Online-Generator. Genau, was wir heute spielen. Was wir heute spielen, also, naja. Beschwerde bitte beim Auswürfel. Genau. Beschwerde bitte beim Online-Generator. Das ist mal so richtig in den Hassbrief schreit. Dein Generator hat einen schlechten Stream beschert. Saurei. Okay, das ist gut, wenn kein Hall ist. Schön. Wir haben es jetzt ein bisschen lauter gemacht, deswegen. Kingdoll. Okay! Schrei doch nicht so. Das ist ein Capslock. Ja, Capslock ist meistens Schreien. Aber merkst du was? Okay. Der Weißbott schmeißt sich nicht mehr raus. Genau. Den gibt es auch gar nicht mehr. Gibt es den noch? Den Weißbott, der ist raus, den gibt es nicht mehr. Der ist abgeschafft. Du darfst jetzt wieder ha, ha, ha schreien. ha, 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 darfst jetzt auch wieder raus schreien. Dafür aber auch wieder die ganzen Level-Dinger, die sind auch alle draußen. Das liebt auch alles über den Weißbott. Aber braucht man nicht, das ist nur ein Schwanzvergleich. Yeah, yeah, yeah. Ja, aber warten musst du hier echt viel mehr hin. Ja. Ja, also du hast eine Gruppe, deshalb. Warum spielt man solche Spiele nur in Gruppen? Eigentlich hauptsächlich, entweder spielt man das alleine oder halt mit weiteren Leuten. Alleine hauptsächlich hatte ich Killer oder so. Mit anderen Leuten, wenn man überlegen was spielt, spielt man nicht meistens mit anderen zusammen. Sagt er mir, wenn es soweit ist? Ich guck mal eben. Ich habe doch irgendwem in meiner Freundesliste. Ja, hol die mal alle ran hier. Lad einfach irgendeinen. Ich wollte gerade sagen, ich lad einfach alle ein. Ich wollte alle einladen, irgendeiner kommt schon. Irgendeiner hat das doch gespielt neulich. Kann er mal gucken. Knackwurst spielt gerade Dead by Daylight. Echt? Ja, soll ich den mal einladen? Ja, mach mal. Mach mal. Lad den mal ein. Wo ist das? Rotkäppchen? Nee, DJ 25. Wo treibst du die? Hat Fuscher das nicht auch? Ja, aber er mag das nicht so besonders. Weil er verlieren muss. Ich habe diese Mose nicht nur, weil mir jemand ein Abo geschenkt bekommen hat, weil ich keine Ahnung habe, ob ich überhaupt da bin. Wolfen-Spiel, Kultas, Ich könnte alle möglichen einladen. Haben die das überhaupt? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich lade jetzt hier alle ein. Nee, so jetzt würde ich gerade jeden einzeln ein. Ja. Ja, boah. Plötzlich irgendwelche tauchen hier auf. So 50, 60 Stück. Ist egal. Hauptsache, wir brauchen nur zwei Stück. Ich brauche eindeutig mehr Freunde, die ich einladen kann. Ach, ist ja schon, dass einer drin. Äh. Mit Liebe. Was ist jetzt? Ist jetzt echt jemand gescheuert? Ey, wenn jetzt echt jemand gescheuert ist, dann lachen wir. Die Runde beginnt. Ah, nee. Lexi. Hallo, Lexi. Also, nicht Lexi, sondern die heißt Lexi. Ja. Ah, ich bin bereit. Eine Minute nach um 10. Lexi, Lexi. Wie gut, dass ich jetzt erst den Gag geleistet habe. Eine Minute vor um 10 und ich hätte, ne, Jugendschutz hier reintragen müssen. Frische Primmelblüten. Was? Ey, geht's vielleicht noch schneller? Man kann den Scheiß ja gar nicht lesen. Welche, hä? Mhm. Ghostface ist wieder da. Oh nein, das wird der gleiche von eben sein. Glaub mir, das ist der gleiche von eben. Der wird uns eigentlich noch einen anderen schnell wegkühlen. Steht da wieder Ghostface? Ja. Ja, moin. Aber ich habe ihn halt auch jedes Mal anlaufen sehen, ne? Da bist du nicht weggelaufen. Ich muss den jetzt angucken oder muss ich weggucken? Wenn er auf sich zugestimmt kommt, dann halt weglaufen. Oder dann würde ich so oder so schlagen. Ich lauf vor ihm weg. Außer du siehst ihn, dann kannst du ihm verdecken, seine Tarnung sozusagen klauen. Du musst aber trotzdem weglaufen. Ich stehe da immer und sage, ich sehe dich, du darfst mich nicht töten. Nee, nee, nee. Du musst schon mitlaufen. Das müsste so lelelelelelelele gehen, das wäre richtig lustig. Oh, wir sind gleich zusammen, oder? Nee. Ich bin mit Lexi. Jeder, jemanden. Hallo Lexi. Ja, bye bye. Wer ist denn da? Ich seh euch da hinten. Ihr seid da hinten. Joggenhose. Wenn du hier durchguckst, da hinten gehen die anderen. Ja. Kommt der gerade? Oh, das ist Ghostface. Herzlichen. Herzlichen Glückwunsch. Hilfe! folgt hier folgen zu mir der mich er hat Lexi wir gehen zu diesem generatoren Generator oder was den zu reparieren ja probiere ich okay wir könnten eine der dritte ich kann das nicht mit dem scheiß reparieren egal gehen zu denen da hier du kannst mit L1 laufen er habe ich ja gemacht es ist auch fast so der Europäer der Karte wo kommt er bei euch, wo ist er denn? bei uns ist er hinter dir oder hinter mir? hinter mir, hier ist einfach gar nix ich seh euch noch nicht mal tapfer ich bin tapfer, ich wusste es! ok ich seh Brian, aaaah schon wieder ey das kommt ja so überraschend die Scheiße hier ja er ist bei Lexi Lexi ja er ist bei mir den Generator grad noch zur Hälfte ey gut ich seh Brian wo er hängt ja aah gut, hab's geschafft großartiger Fähigkeitscheck alter, das ist ja so überraschend du musst nicht unbedingt, den weißen Punkt musst du nicht unbedingt treffen ach so also das ist nur für Großartigkeit dahinter ist noch mal ungefähr so ein durchsichtiger Bereich markiert den kannst du einfach auch drücken der kommt bestimmt grad zu mir oder? ich bin mir nicht sicher der kommt bestimmt zu dir könnte es gut sein ja, kommt aaaah ist er bei dir? ja, er ist bei mir ich weiß gar nicht, wo ihr überhaupt seid ich laufe hier für so ne kaputte durch die Gegend ich hab so ne Angst, man hört doch mal auf aaaah, ich laufe hier noch voll nein scheiße hör auf zu schreien, man jetzt bin ich hier gerade voll in die Fänge scheiße, ich bin doch in einem Maisfeld drinnen oder so scheiße hallo nein, lass mich in Ruhe lass mich ich seh euch, ihr seid da hinten gut er ist bei mir hin er ist ganz, noch ganz weit weg von euch ich hör die ganze Zeit irgendeinen schreien naja, mach den Generator ich find keinen Generator er ist noch ganz weit weg von euch er geht jetzt links an der Map lang scheiße okay jetzt kommt da ich weiß nicht, wer da oben ist hier ist Brian vor mir okay äh, ich geh seinen Generator ich glaub der eine er ist noch nicht bei euch macht, macht, er ist immer noch bei mir immer noch bei mir der schwört hier immer noch bei mir rum na, ich bin hier bei der einen die repariert hier was geht er nicht weg nein, er bleibt bei mir er geht nicht weg ich helf hier mal zum reparieren äh, er ist bei der einzelnen da seht ihr die einzelne Tussi? ne, ihr seht da nicht, ne? da ist er gerade er ist bei mir ihr könnt ihn abhängen gehen ich muss ihm helfen ach, das bist du, der der einzelnen läuft ja ok lock, lock den nicht zum Generator mies er hat dich einmal erwischt, wa? jetzt haut die eine um ab oder er hintet dich jetzt ab ach, scheiße ich hoffe nicht, was er zu dir kommt pass auf nee, ähm, bei mir ist keiner jawoll was, wenn wir denn nicht? ich kann den Generator eventuell reparieren ja, da bin ich ja, da bin ich ja, da bin ich ja, da bin ich ja, ich ich hab ihn gleich repariert er kommt zu dir ich hab trotzdem den Generator repariert gut ja, hier ist auch noch Ena warte mal, ich mach lieber den anderen das ist mir scheißiger, er ist auch hinter mir ich mach den Generator hier, wo ist denn der? ach, hier ich hänge da jemand und rappel ach, scheiße kannst du kurz kommen? wer? der du ich ja, der andere er hat mich Hilfe oder? ne, kannst du jetzt zurückkommen erst jetzt, wenn er kommen ok hallo er ist da hinten er hat mich angehangen ok Brian ist bei mir bleib mal kurz stehen pass auf, der kommt da der kommt da der kommt da lauf, lauf, er kommt da helf pass auf, er hat dich gar nicht helf er hat es gehört scheiße ich wollte das umstoßen aber Lexi Lexi war bei mir also wenn die mich jetzt nicht rettet doch, die rettet mich bisschen früh, wa? mit den umstoßen das ist ein mieser Schwein das hat cheated los da ist auch noch ein Haken kann ich mich irgendwie heilen? ja, das war's ich glaub nicht, nein du kannst du von anderen geheilt werden ich bin down aber wir leben schon mal länger als vorher das ist schon mal gut ah, die halten mich und auch der ist da, ne, ne, ne bei euch ok, jetzt hat er mich wo bist du? ah, ja, da hinten nee, du bist weit genug weg also ein Generator jetzt bin ich tot äh warum kommt hier so ne Hand raus? es sei ein Talent von Ihnen stimmt, der verhindert, dass ihr die Generator ähm, aktivieren könnt hast du Spaß? ha? ja, guck wo ha, keine Ahnung ah, du bist tot oh, der nächste ist hier wer ist denn das? ach, Brian ist das hallo, Brian Brian, wir sind doch gar nicht tot wir laufen doch ach, ihr könnt nicht mal ihr könnt nicht mal zusehen nein, wir können nicht mal zusehen doch, du musst extra, äh, viereck drücken viereck 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 ah, jetzt hab ich dreieck gedrückt das ist